Wir Menschen glauben immer, etwas Besonderes sein zu müssen, etwas Besonderes leisten zu müssen, etwas Besonderes machen zu müssen, etwas Besonderes haben zu müssen, um etwas Besonderes zu sein. Aber dabei entsteht genau der Mangel mit ich bin nicht gut genug. Und das versetzt einen Menschen unter Druck, weil der Mensch möchte ja gut genug sein. Und sehr wenige stellen sich dann die Frage, was bitte ist überhaupt gut genug? Und wenn es dir auch so geht, ist es echt wichtig, da mal hinzuschauen. In Wirklichkeit ist es einfach nur dein aufgebautes Muster, dein aufgebautes Ego, das damit identifiziert ist. Und das Ego will einfach immer etwas Besonderes sein. Und man kann aber in Wirklichkeit nichts Besonderes sein, weil man ja nur sein kann. Und in dieses Sein zu kommen, das ist ein Prozess. Mir ist das absolut bewusst, weil der Prozess, die eigenen Muster zu erkennen und diese abzulegen und neue für sich dienliche aufzubauen, ist einfach ein Prozess. Diese nicht zu erkennen, bedeutet einfach immer in einem Trott zu bleiben und quasi von etwas abhängig zu sein und zwar von dem Besonderen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, diesen Prozess zu gehen, sich das Ganze anzuschauen, sich selbst in der Richtung zu beobachten und sich dessen bewusst zu werden. Und wenn du anfängst, deine Muster zu erkennen und wirklich zu leben und zu sein und dich nicht mehr von deiner egorischen Verstandesstruktur leiten lässt, sondern quasi Freund damit wirst, dann wird dein gesamtes Leben leichter. Du wirst es einfach erfüllt erleben. Du wirst einfach von außen vielleicht noch getriggert, aber du gehst mit deiner Trigger anders um. Und wenn du das für dich auch lernen möchtest, dann habe ich den Online-Kurs Lebens- und Bewusstseinstraining, den du übrigens auch als Ausbildung zertifizierter Selbstmanagement-Trainer abschließen könntest. Und ja, du findest das Ganze in meinem Link-Tree. Und wenn du sagst, ich möchte mal zuerst die Dani kennenlernen und schauen, was sie überhaupt macht, habe ich auch mein Buch, Dein Spiel des Lebens. Das gibt es als Buch oder als Hörbuch oder PDF zum Downloaden. Den Link findest du ebenfalls im Link-Tree. Und außerdem kannst du mir, und das freut mich richtig, weil einige das schon gemacht haben, auch persönlich schreiben. Und dann können wir uns unterhalten und schauen, wo stehst du, wo willst du hin und wo willst du dir einfach noch mehr bewusster werden. Folg mir gerne für mehr. Ich bin weiter. Also, ich bin battery. ich-